Bevor das Video startet, hier eine kleine Info von etwa 45 Sekunden. Nächste Woche kann ich aufgrund meiner Rufbereitschaft leider nicht streamen. Ich wurde vor Wochen zu einer kleinen Formel-1-Meisterschaft eingeladen, die am Montag ab 19 Uhr auf dem Twitch-Kanal The Comedy stattfindet. Stand jetzt sind wir 14 Mitglieder, darunter auch der Ray von den Pixelhelden. Also, ihr wisst, was zu tun ist. Haut ihnen mal ein Follow rein und wenn wir schon dabei sind, Zahlen in die Höhe zu treiben, könnt ihr beim gleichnamigen YouTube-Kanal, der sich wie der Twitch-Kanal in der Videobeschreibung befindet, auch mal ein Abo auf ihrem Bruder Basis dalassen, denn die haben es mit ihren 1000 Abonnenten schon zu einer Nominierung des Julius Awards geschafft und zum Gewinn des Web-Videopreises des mittelfränkischen Jugendfilmfestivals. Hashtag Community Power, danke für euren Support. In der heutigen News-Folge geht es um. Formel 1 verlegt die Sommerpause auf März, April. Reglement wird auf 2022 verschoben. Weitere Grands-Verschoben bzw. Monaco Grand Prix komplett abgesagt. Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu den News. Gestern Nachmittag hat die FIA bekannt gegeben, dass die Sommerpause, die ursprünglich im August stattfinden sollte, nun auf März bzw. April aufgrund von Covid-19 fortverlegt wird. Eigentlich dauert die Sommerpause vier Wochen und zwei Wochen lang darf in den Fabriken der Formel-1-Teams nicht gearbeitet werden. In diesem Fall wird sie um eine weitere Woche verlängert. Red Bull hat bekannt gegeben, dass ihre Tore ab dem 27. März für drei Wochen geschlossen sind. Alfa Romeo dagegen schließt seine Tore bereits ab Montag und diese Pause endet erst am 13. April und Ferrari ist seit gestern bis einschließlich 8. April in der Frühlingspause. Zitat der FIA Gestern wurde zwischen den Teams der FIA und Liberty Media einstimmig beschlossen, das Reglement für 2021 auf 2022 zu verschieben. Der Hintergrund ist natürlich das Coronavirus. Die Kosten-Obergrenze wird aber 2021 eingeführt und muss nur noch vom Motorsport-Weltrat der FIA abgesegnet werden. Während die großen Preise von Spanien und den Niederlanden auf unbekannte Zeit verschoben worden sind, fällt der große Preis von Monaco dieses Jahr endgültig aus. Nach 66 Jahren also mal kein Grand Prix durch Monte Carlo. Der Automobilclub in Monaco hat in seinem Statement mitgeteilt, dass nicht nur die Formel 1 komplett abgesagt wurde, sondern auch der historische Grand Prix, der zwei Wochen früher dran gewesen wäre. Eine Verschiebung sei nicht möglich. Ob die Zuschauer das Geld für ihre Eintrittskarten wiederbekommen, ist derzeit noch unklar. Die FIA, Liberty Media und die Teams möchten so viele Grand Prix wie möglich noch nachholen, sobald die Situation sicher genug dafür ist, welche sie regelmäßig überprüfen werden. Es sieht aber so aus, dass der Saisonauftakt in Bargo stattfinden soll. Offiziell ist das aber noch nicht. Kommen wir zu Mikes Meinung. Die Pause vorzuverlegen ist der einzig richtige Schritt, denn aktuell kann man nichts unternehmen. Auch die Verschiebung der Grand Prix bzw. des Reglements von 2021 auf 2022 ist ebenfalls eine korrekte Entscheidung. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Janiba. Er fragt, werden sich die ganzen Rennabsagen auch auf F1 2020 austragen? Um ehrlich zu sein, weiß ich das nicht, aber ich glaube nicht. 2011 wurde der Bahrain Grand Prix zwar wegen politischer Unruhen abgesagt und auch nicht im Spiel eingebaut, aber dass die ganzen abgesackten Grand Prix der diesjährigen Saison nicht in F1 2020 sind, kann ich mir nicht vorstellen. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche. Was ich aber gerne wissen möchte, ist was Codemasters dazu sagt. Meiner Meinung nach sollten Sie mal ein Statement zum neuen Spiel herausgeben, also ob es zu Kürzungen im neuen Game kommt, wann es herauskommt, was es alles Neues gibt und so weiter und so fort. Denn wir als zahlende Kunden möchten auch gerne mal ein paar Infos haben. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.